Ich bin Judith, ich bin Ärztin, ich arbeite in der Notaufnahme. Das Allerschönste ist, wenn man Leben retten kann. Wir werden alles Menschenmögliche für Ihre Frau machen. Hallo ist die Rettungstelle, wir haben eine Patientin mit sepsischen Schock. Die sepsispatientin ist tot. Lass das nicht so nah an dich ran. Wer ist denn Ihrer Meinung nach schuld an dem Tod von Frau Linnemann? Kurze Trauer ist ja schön und gut, aber... Frau Dr. Asmussen schafft das schon. Oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.